Rage-Modus Was ist mit Jake? Er sieht besser aus, oder? Was? Zeig dich, Feigling! Alles okay, Jungs? Es ist nur Batman! Er hat in seinem Leben vermutlich noch nie einen umgebracht. Tja, aber wer weiß, vielleicht hat er ja vor, irgendjemand damit anzuschauen. Ich muss sehen, ob ich jemanden mit dem Hänge kriege... Erwisch... Jep! Batman! Wer schreit da? Kommt hier rüber! Da oben ist einer! Seh, was du machst! Ich hab diese Seite gesichert! Und was jetzt? Na komm! Fünf gegen einen! Bei einem Tennis-Match ein klager Vorfall! Bei euch Idioten unerheblich! Der Schalter! Einer muss nachsehen! Salzius sterben! Ich hab ihn! Er ist hier! Ich weiß, was du vorhast! Das wird nichts! Wie viele haben wir noch? Vier! Er hat die Wahrheit gesagt! Die Minen jagen uns nicht in die Luft! Na komm! Oder jetzt! Miene gelegt! Mach sie scharf! Was? Er kam von hier drüben! Ganz sicher! Wo zum Teufel bist du? Das ist noch einer mit Minen! Noch einer mit Minen! Oh! Sprengladung platziert! Hier drüben alles scharf! Hier drüben! Ich hab ihn! Er ist hier! Ich bin mir sicher, dass es von da kam! Der kam von hier drüben! Ganz sicher! Ich bin sicher! Du kommst nicht nochmal an mir vorbei! Er ist da oben! Granate! Ich hab ihn verloren! Wir müssen ihn finden. Sofort! Das war alles? Ein blöder Feuerlöscher? Ich muss echt mal lockerer werden. Sontius sterb! Ich hab ihn! Er ist hier! Warum konnte ich denn jetzt nicht ausschalten? Du glaubst, du kannst dich verstecken? Er ist weg. Ich hab ihn verloren. Findet ihn! Sofort! Warum konnte ich denn jetzt nicht ausschalten? Du wirst mir nicht entkommen! Granate! Mann verletzt! Mann verletzt! Was machst du da? Ich brauche Hilfe! Du kannst mich! Jetzt ist jeder auf sich gestellt! Weg von mir! Verschwinde! Es geht hoch. Es ist irgendwo da oben. Gerade nach. Ach, komm schneller! Ich hab ihn verloren. Wir müssen ihn finden. Sofort! Wir wählen noch eins, zwei. Also, jetzt kann ich ihn кто- Oh, da war einer in der Draht. Na, magst du Osterheier oder sind sie doch zu heiß? Wer ist weg, hab ihn verloren. Komm, komm nicht so nah. Lauf so viel du willst, Batman! Ich finde dich! Was zum Teufel? Es ist nur der blöde Ofen. Es ist nur noch zwei. Cool. Da war Marsvorhör scheißegal. Mann ausgefallen, Mann ausgefallen! Fang! Und jetzt bist du mein. Nun, das war eine schreckliche Enttäuschung, nicht wahr? Aber sehen wir es mal vorsichtig. Mir geht es schon besser. Was ist mit euch? Protokoll 10 tritt in 20 Minuten in Kraft. Ich höre dich, Kumpel! Wie läuft Ben so beruhig? Ist alles okay? Bin in Position! Der Raum ist vermied und wenn ich Batman sehe... bumm! Auf mir! Sieht aus, als wenn ein Joker sich auf einen Kämpfen vorstellt. Wenn Batman tot ist, werden wir ihn vielleicht sogar. Ich weiß jetzt, wie wir Batman besiegen können. Er benutzt diese Wasserspeier, richtig? Ich muss sie einfach nur kaputt machen. Bumm! Batman ist auf dem Boden und ich jage ihm eine Kugel in den Schädel! Klasse! Sag Bescheid, wenn er tot ist! Ich will auch da runterkommen und mich ein bisschen mit der Leiche amüsieren! In die Reihe! Ich nehme die Maske! Du kannst haben, was übrig bleibt! Kann man so weit werfen? Ich bin zu nah zum Feuer! Ich werde zerquetscht! Ich bin zu nah zum Feuer! Woah! Es ist die blöde Flucht! Bist du nicht mehr so furchteinflößend! Ein Schuss bästchen. Mehr brauch ich nicht! Die Fledermaut ist hier! Versteck dich nur! Ich brauche nur einen Schuss! Bumm! Dann liegt überall dein Gehirn rum. Du kommst hier nicht lebend raus. Dir jag ich eine Kugel ziehe. Los, tu uns allen einen Gefallen und komm in den Raum. Ich mach es kurz. Ich weiß, dass du hier bist, Batman. Und das ist richtig. Oh, wie strange. Das ist strange. Also, strange ist strange, nicht die... Ja. Wen haben wir denn da? Was willst du, B-Man? Noch ein bisschen mit dem Finger in der Wunde bohren? Nur zu, mir egal. Ich werde dir gar nichts sagen. Ich sage dir nicht mal, dass Joker den ganzen Mist, den er Breeze abgenommen hat, im Kesselraum eingeschlossen hat. Sage es ja nicht! Sarf. Ich werde den Grund oder den Gundern auf der Freddie Macke machen. Soll ich eigentlich nichts zur Verfügung. Ich werde ihn nicht überwarten. Ich werde den Grund nicht überwarten und überwarten. Wielf ihraving? Dann ist sie sicher. Ich werde das nicht überwarten. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Mmm. Ich kann mich erinnern, dass wir da schon mal waren. Und die Codes noch nicht hatten. Wissen das noch? Ich glaube, eh nicht von der ersten Folge war das. Wir dürfen unser Teil nehmen. Das andere ist für Catwoman. Aber da jetzt die Tür auf ist, ist das auch für sie dann, äh, offen gespeichert. Habt ihr diesem Protokoll 10 Mist gehört, von dem Strange ständig labert? Was seid ihr bloß für ein Problem? Weil ihr nicht sogar derjenige, von dem wir die Knarren haben? Ah, dachte der will, dass Dunker gewinnt. Dachte ich auch. Aber wär das nicht irgendwie verrückt? Wer gibt Milliarden für ein Gefängnis aus, um dann überall da drin Knarren zu verteilen? Gute Einwand. Du hast richtig Anstalt ohne. Die Fledermaus. Mit dem Magnet hab ich oben die Sniper ausgeschaltet. Ich werd mal den Arkham finden, beerdigt. Und da g'si, Batman hat die Wand dazu genügt. So cool, Batman. Wenn ich nicht schaff. Du wirst sterben, Batman! Komme nach Angst, du Fledermaus. Der Maus! Scheiß, Sniper! Ah, hier waren wir schon mal. Wir sind hier auf dem Fenster geworfen. Das ist das Outfit von Harley Quinn aus Arkham is Silent. Mal sehen, was im... Naja, Markane hier symbolisiert, hier lang zu laufen. Und da ist er. Das sieht wieder scheiß aus. Wo ist es? Manieren sind wichtig, Batman. Es schadet nie, bitte zu sagen. Ich meine, wenn du so dringend geheilt werden willst, dann sag doch was. Ich muss dir wohl etwas Respekt beibringen. Du kannst mir gar nichts beibringen, Jogger. Oh, komm schon. Im Leben lernt man ständig etwas dazu. Heute Lektion 1, den Arsch versohlt zu bekommen. Es gibt Hauwe. Okay. Musst du dich diesmal nicht verwandeln. Nur du und ich, Batman. Musst du dich diesmal nicht verwandeln, Jogger. Und mich überhaupt abbegreifen. Oh. Er hat den ersten Schlag gehabt, alles klar. Bitte, aufhören. Ich kann nicht mehr. Hast gewonnen. Hast mich versiegt. Sekunde, sagte ich. Mich. Ich meinte mich. Und diese Jungs. Was ist denn das für einer? Was ist denn das für einer? E brauchst du mit Kraft. Die machen das. Vist du nicht? 會kommt? Geh, bee. Und Rhine? Terwствие. Geh. Einsager�f suite. Es ist gut. Mit N Portland? Es ist immer stark. Er hat dich ... Nein! Rache Sackf Appreciate Pot Steuerstelle. Mann, das ist schon ein bisschen schwerer. Ich habe Endgegner da drin. Ich habe einer mit Hammer drin. Ich habe Zorger drin. Ich habe Autos, wo ich aufpassen muss. Meine Fressen. Oh, jetzt hat er noch Joker. Nein, ist das noch so ein? Will er mich verarschen? Ich töte dich, Flatterball. Wow. Oh, Betz. Wenn du nur wüsstest, was ich vorhabe. Zum Sterben gut. Jungs, euer Indy kriegt er ganz schön was zugemutet. Wow. Batman, reichen wir Mr. Abramowitsch die Hand? Ich meine, nicht, dass er was für eine Hand fangen könnte. Was willst du jetzt tun, Batman? Das wird nice, Batman. Oh, Batman. Das wird lang, Batman. Ich bringe das Titanfeuer in die Sache. Ich schneide nicht in zwei Hälften. Fangen! Ja, Mann! So, nur noch du! BATS! Du wirst hier sterben, bist du wohl! BATS! Ich werde dich sehr graben! Ich werde dich sehr graben! Du stirbst hier, kleine Fledermaus! 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 Du stirbst hier, kleine Fledermaus!